so hallo herzlich willkommen zurück zur grenzenausbauung blutlust stufe 5 wie gesagt kannst du jetzt leider heute erst machen weil ich gestern mit meiner freundin die die geburtstag bei meiner therme erding wir nehmen jetzt dieses setup hier dieses setup dann mache ich gleich am anschluss teil 6 ja dann einfach spaß haben und sich den neuen helden organisieren beziehungsweise auf stufen nicht also in der letzten runde ein bisschen langweilig ist dass wir die karte dabei haben aber sonst ist es eigentlich entspannt muss man sagen genau das heben wir uns jetzt gleich mal für die nächste runde auf weil wir müssen erst den babu da hinten besiegen da dann sind wir dann ziemlich alle auf einmal so haben wir jetzt hier bald mal so 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 das ist immerhin diese feindliche verstärkung immer und überall ne es wird trotzdem erstmal den freak da hinten los ich glaube wenn wir den los haben dann kommt ja keine feindliche verstärkung mehr das sollte ich mich erinnern ganz genau das ist ja schon ein jahr her ne so dann gibt es erst mal hier eine auf die schnauze ne ne so natürlich unbedingt erstmal dieses week-up los werden ne so und jetzt schalten wir auf automatik um so macht nämlich dann die kiste immer ganz gut dann oh es hat mal einen helden verloren aber der darf ja sterben nein oder leute 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 ne leute 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 ganz genau victory is a lonely feeling so das war jetzt stufe 5 ich mache jetzt gleich stufe 6 dann werde ich das äh gleich hochladen alles also bis gleich juhu also dann bis gleich wusi hab euch lieb